Hallo, ich bin Etiha und mit dabei ist wieder meine liebe Mami! Hallo! Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und rechts daneben auf den Daumen nach oben und dann verpasst du auch keine Videos mehr, das wir dem sehr sehr glücklich machen. Und unser Häuschen sieht wirklich so so schön aus und das Feuer müssten wir erstmal so erst so ein Feuerzeug kraften und hier diese Glocke, die haben wir auch vom Nepper und diese Glocke haben wir auch vom Nepper und diesen Glocke auch und diesen Glocke auch. Das ist wirklich so so schön! Das wird heute so Spaß machen, deswegen bitte abonniert diesen tollen neuen Kanal! Ja! Abonniert den Kanal! Juhu! Auf die Glocke drücken! Ja! Auf die Glocke drücken! Oh! Äh! Wo bist du auch da? Hallo! Ich freu dich, ich hab da eben schwebende Garotten gesehen, da! Ja! Wo warst du noch einsam? Hier was man? Hier hat mein Feld kaputt gemacht! Wo war das? Äh! Es tut mir leid, ich bin außerdem drauf gesprungen! Ach du was jetzt! Ich dachte schon, wir haben irgendein, ein, 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 so ein Gauner, welche Felder... Mein Feld war auch hier eben kaputt! Hier! Hier eben, was? Hier! Dieses Feld hier eben kaputt! Hier war eben mein Feld kaputt! Und diese Scheiben, die kann ich fast gar nicht mal kaputt machen! Weil die aus Panzer sind! Juhu! Oh! Stell mich auf die Kiste! Komm, ich bin auf der Kiste! Hallo! Hallo! So, Anja, ich will einpflanzen! Ja! Lecker! Oh! Du hast hier leckere Melonen angepflanzt! Ja, hab ich auch! Ich hab leckere Melonen angepflanzt! Die Samen! Die Samen! Äh... Schön Sunshine! Äh, ich hab den einfach gedroppt! Ach so, aber wir dürfen das aber egal! Ey, du siehst die... Du hast das Essen von Melonen dort noch mal? Oder wie? Äh... Veressen? Hm? Ja... Äh... Eigentlich hab ich die Melonen Samen, äh... Von... Äh... Von eigentlich... Von einem... Ich weiß nur von dem Dorf bestimmt, wo du warst, ne? Nein! Ich hatte das mal von Enderman, den ich getötet habe! Du hast einen! Warte mal, der darf doch keine Melonen Samen! Oder dann eine Ender Perle! Oh! Das wusste ich nicht! Ah! Eine Ender Perle! Aber ich glaube ich hab Ender Perlen! Weiß ich nicht! Ich glaube ich hab keine! Okay, hier ist ja noch ein Feld! Oder was? Ne, das ist kein Feld! Also eigentlich sollte eine Landebahn sein, aber mir ist es nicht so gut gelungen! Eine Landebahn? Aber mir ist es nicht so gut gelungen! Wie cool ist das denn? Was ist das denn für... Oh! Oh! Was sind die denn? Ey! Ich will die Kürbisse auffressen! Ne! 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 Warte mal, wir haben uns doch so schick angezogen! Wollten wir nicht zu einer Party gehen? Ja! Wir könnten zu einer Party gehen! Ja, aber wir wollten noch dahin! Wo ist denn die Party? Äh! Oder hast du schon vergessen? Warte, kannst du mir mal die Karte geben? Da kann ich die Planung sehen! Bitteschön! Dankeschön! Hm... Also... Hm... Ach! Die Feier ist da! Wir müssten einfach... Ich dachte schon, du hast auf dem Ender Passau geguckt! Ich dachte, die Feier findet im Ende... Oh! Wir wohnen ganz an der Nähe vom Feier! Komm mal! Da ist ja die Party! Da ist ja die Party! Wir wohnen ganz an der Nähe vom Feier! Wir wohnen ganz... Wir wohnen neben der... Wir wohnen neben der Party! Da ist eine schöne Party, Leute! Guck mal, wie ich wie eine Verrückte springe! Hey! Ich hol die doch ein! Hallo Schönechen! Versuchen wir's! Hey! Geh mal runter! Geh mal runter! Mama, das hat weh getan! Was soll das denn? Oh, tut mir leid! Es tut mir leid! Das ist mein Esel! Ha! Selber schon! Hey! Das ist unfair! Was? Oh! Oh! Du kannst auch einsteigen! Oder? Können wir nicht beide? Nein! Oh! Geht leider nicht! Aber wir müssen zur Party! Oh nein! Wir können nicht diesen Fluss rüberqueren! Oder ist da hier eine Abkürzung? Warte mal! Oder ist da... Oh nein! Da ist Wasser! Da mach ich mir meine Sachen ganz nass! Ich mach mir meine Sachen ganz nass! Ah! Ich hab ne Idee! Wir konnten's doch einfach rüberbauen mit Erde! Oh! Dann werde ich mein Kleid nicht nass machen! Das ist toll! Ja! Ich will nicht nass werden! Ich will auch nicht nass werden! Mhm! Ich glaub jetzt ist gereicht! Aber eigentlich hast du dich schon schmutzig gemacht mit der Erde! Naja! Oh! Ich kann gar nicht springen! Irgendwas! Oh! 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 Dieser Text geht nicht weg! Welcher Text? Der da... Ach jetzt! Ist der weg! So, jetzt baue ich mich mal rüber! Mhm! Hi! Oh! The two! Und dann!